Leute am Leben zu lassen, ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Bringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mehr. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostata-Krebs? Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürft.